Hi Leute! Willkommen zu einem neuen Vlog! Ich dachte, ich fühle mich mal, was ich so mache dieses Wochenende. Und ich habe genau, wartet, 40 Minuten Zeit, um mich fertig zu machen. Und ich habe gerade erst gefrühstückt, weil ich muss, da ich in Kalmar sein, ich treffe mich mit zwei Freundinnen. Und ja, mittlerweile sehe ich noch so aus. Äh, ja... Es war aufgeräumt, okay? Es ist zu hell! Wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß gar nicht, wo wir hingehen. Also sie haben mich so gefragt, so, willst du mitkommen, wir gehen nach Kalmar? Ich war so, ja! Und dann haben wir irgendwas von Essen gesagt. Und jetzt gehen wir irgendwo essen und im Rest von mir rausgesucht hat. Und ich war so, Wette, ich vertraue dir, ich komme einfach mit. Ja, ich habe übrigens schon meinen Weihnachtsfarbeanzug an. Und ja, der pinke Badematte passt nicht über das Rot drüber, aber das ist mein neuer Style-Look hier. Okay, echt. Apfel-Time! Erschreckt euch jetzt nicht. Mein ganz wichtigerer Schrank liegt auf meinem Boden. Grauer Pulli? Hey Siri, wie wird das Wetter heute in Palma de Mallorca? Mann, du solltest was sagen für mein Video. Es sind 22 Grad. First Step Jeans. Jeans. Okay, anziehen. Ich habe noch so ungefähr 5 Minuten. Ich habe einen grauen Sweater an und meine Jeans. Und jetzt muss ich das irgendwie aufpumpen mit Ketten und Schmuck. Wir wollen nicht stinken. Wichtigstes Utensil, Herbüste. Okay, let's go! Die Bombe räume ich später weg. Leute, wir sind jetzt hier gerade bei Naturpoke. Ich war noch nie hier. Heißt das Naturpoke? Naturpoke, ja. Naturpoke. Wollt ihr Hallo sagen zum Vlog? Ja. Hier ist Mette. Das Fieder. Hallo. Wir haben gerade geordert. Das ist voll cool hier. Es gibt so eine, wie nennt man das? So Bowls. Fischen mit Reis oder auch so Acai-Bowls. Man ordnet es einfach online. Und dann bin ich jetzt hier zum Tisch. Das ist voll lustig. Ich habe eine Acai-Bowl genommen. Bin sehr gespannt. Und jetzt geht's mit uns. So, hier werden die Bowls zubereitet. Sieht wunderschön aus. Die coolen Aufnahmen von dem Zubereiten von der Pokéball und von Metal-Leute. Ich habe mich nicht getraut, einmal hinzugehen und das einfach zu filmen. Ich hab gefragt, ich hab gefragt. Wann ist eigentlich unsere Boll schon? Kann sein. Gracias. Meine Acai-Bowl. Was hast du? Pokéball. Pokéball. Und du auch Pokéball. Ich hab auch Pokéball. Das sieht aber auch voll dacke aus. Nächstes Mal nimmt das auch, glaube ich. Wir waren gerade zum Schlecken kaufen. Zeig mal. Warte auf. Wir gehen immer an dieser Bäckerei vorbei und dann will ich da immer was kaufen. Aber ich hab das noch nie gemacht. Und jetzt teste ich, ob die besser sind als meine selbstgebackene. Ich glaube ja. Kommt es mal. Ja. Und es ist warm. Wir wollen jetzt zu Starbucks gehen und uns hinterher zum Beispiel. Was darf man nicht oder ohne was trinken? Wir stellen uns einfach irgendwas. Okay. Wir haben uns zu Starbucks reingesneakt. Und wir haben da Eis-Karamell-Bakillator, oder? Wir haben da Eis-Karamell-Bakillator. Ja. Was hast du gekauft? Ich hab mir einen Pullover gekauft. Einen Pullover hast du gekauft? Einen glitzernden Rock. Der ist so cool. Zeig mal. Der ist so Stargirl. Wir gehen bald in so einen Club und da zieh ich mir ein cooles Outfit haben. Und ich hab für meine Kunstlehrerin jetzt endlich meine Sachen gekauft für den Kunstunterricht. Ganz spannend. Bleistifte, Wundstifte und ein Skizzen-Vlog. I'm back. Back home. Es war so lustig hier in der Stadt. Wir haben gerade eben TikTok gemacht. Und ich wollte es eigentlich für euch filmen. Es bin so leid und ich hab's vergessen für euch zu filmen. Verzeiht mir. Da war so ein süßer Mann. Der war so ein alter Opi. Und er kam und er wollte mittanzen und er hat so gemacht und so. Und der war so süß. Und er hat auch die ganze Zeit mit uns geredet. Aber der war echt cute. Ja, und ich geh jetzt duschen. Ich muss meine Haare waschen. Ich hab schon meinen, aus meinem Haufen, hab mir schon meinen Weihnachtsschau-Banzug rausgepickt. Und meinen Bademantel. Jetzt zieh ich schon das Weihnachtsschau-Banzug-Ding an, weil ich freu mich schon so auf Weihnachten. Shower-Transition in 3, 2, 1. So, ich werd jetzt grad duschen. Ich muss meine Haare jetzt füllen. Und ich hab jetzt meinen neuen Fön von Leifen. Und guck mal, wie schön der ist. Der ist einfach Baby-Rosa. Und ich find, der passt so gut zu mir, weil, guck mal, ich hab auch einfach schon einen rosa Bademantel an, auch zu meinem Zimmer. Hier gibt's auch noch in ganz vielen anderen schönen Pastellfarben, wie zum Beispiel Baby-Blau und so. Also müsst ihr einfach mal gucken. Und das Gute ist, der ist super schnell. Also meine Haare, die brauchen sonst ewig zum Trocknen. Aber der ist fünfmal schneller als ein normaler Fön. Und der hat auch verschiedene Aufsätze. Also es gibt immer den hier, für Locken. Und dann könnt ihr die so crunchen. Und dann werden das so richtig schöne Locken. Die werden da so schön geformt. Und das Gute ist, es geht voll easy da dran zu machen. Also ich bin's einfach nur so. Und dann krieg ich das schon da dran. Also es ist magnetisch. Ich kann's auch noch mit dem Aufsatz machen. Also es ist jetzt der Styling-Aufsatz. Den werd ich morgen mal aussupieren. Wenn ich meine Krötenbanks dann noch ein bisschen style. Und der hat auch genauso viel Power wie der Dyson. Aber der ist nur ein Drittel so teuer. Ihr seht auch hier. Warte, ich mach mal eben das Licht aus. Dann könnt ihr's besser zeigen. Wenn man das anmacht, hat man drei Stufen. Also es gibt einmal normal kalt. Dann gibt es warm und dann gibt es heiß. Kalt sind auch gut, wenn man so die Haare stylt. Und dann hält das besser. Zeig ich das mal. Also das hier. Kalt. Warm. Und heiß. Okay. Ich würde sagen, wir föhnen jetzt noch meine Haare. Und guck mal, die sind auch komplett nass. Also nasser Hund aus der Dusche. So, ich bin fertig mit Föhnen. Und guck mal, wie schön glatt die jetzt einfach geworden sind. Nur durch das Föhnen. Gefällt mir voll gutes Endergebnis. Und ja, jetzt geh ich mal runter. Essen. Ich fühle mich schon Hunger. Ich hab mir jetzt eben noch schnell meinen Christmas-Schaubezug angezogen. Und wir essen jetzt Burger. Selbstgemachte Burger. Immer so ein vegetarisches Burger-Patty. Mit noch Tomate drauf. Salat drauf. Gucke drauf. Und ein bisschen Mode drauf. Und dabei gucken wir Petit Delayas. Ui. Wir haben jetzt einfach so viele Folgen geguckt, Leute. Und ich seh grad gar nicht, ob ihr aussehen wie ein Vampir oder nicht. Ich glaub viel hintereinander. Aber es ist so spannend. Ihr müsst mit Delayas gucken. Vertraut mir. Ich bin jetzt viel zu müde, um diese ganzen Sachen hier noch wegzuräumen. Die bleiben jetzt bis morgen da so liegen. Wir müssen noch schlafen. Bis morgen. Guten Morgen. Es ist der nächste Tag, Leute. Und mein Zimmer sieht immer noch aus wie vorher. Aber wir räumen es jetzt endlich auf. Ich hab mich grad fertig gemacht. Und dann wollte ich was zum Anziehen haben. Und dann musste ich in diesem Haufen wühlen. Mein Wetter hab ich schon gemacht. Wenigstens etwas. Aber wir beseitigen jetzt das hier. Dödömn. 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 Let's go. Tadaa. Guckt mal. Mein Boden ist endlich wieder frei. Ich kann laufen. Wuhu. Ich muss jetzt noch alles in den Schrank räumen. Aber wenigstens ist jetzt schon mal alles gefalten. Und jetzt muss ich weiter mal fertig machen. ich habe es da jetzt noch mal den könnten banks weil die hänge irgendwie so laff runter das finde ich sieht nicht so schön aus deshalb machen wir das jetzt eben schnell zusammen als meine könnten banks die ist eigentlich immer so ich nehme mir hier erst mal muss die gerade mal suchen wo die enden die jetzt noch ein bisschen nachgeschnitten für die erste flotte dann käme ich die erst mal durch und dann nehme ich meine bürste und dann drehe ich die so ein so ich gehe erst einmal ganz hoch und dann drehe ich die einfach runter so dass die so schön hier so nach hinten gehen also nicht nach vorne und dann will ich meinen fünf verleihen ich bin wieder menschen guck mal weil es rosa und ich weiß mein selten aufsatz das ist auch magnetisch ist auch praktisch nur eine hand frei hat wie ich jetzt gerade dann kann ich einfach so machen und dann klickt er da so dran magnetisch und das ist auch gut ist so verschiedene heißen kalt stufen gibt also ich mache immer zuerst auf heils dann fühle ich die so heiß an dass es warm wird und dann gehe ich auf die kalte stufe und dann dass sie das ein bisschen auskühlen dass sie dann länger halten aber jetzt erst mal heils ok und jetzt kann ich die bürste rausnehmen und guck mal dann fallen die solche schön nach hinten also keine wette drin das geht also vor dem blowout look man kann das auch mit den spitzen und noch machen dann gibt es so den gleichen effekt und ich finde es sehr viel schöner aus dass die so nach darunter hängen aber trotzdem hast du jetzt den glatten haaren ja also wenn ihr einen neuen film braucht ich weiß euren alten in die ecke und wollte ich den leifen in eurer lieblingsfarbe oder macht matching mit mir in rosa ok es ist nie zu früh für weihnachten ich liebe diese farb kombi leute immer wieder so cool aus sieht noch besser aus wenn man dann so ein süßiges glas hat aber wir sind im christmas mood oh meine kamera beschlägt scheiße und heute vergesst nicht euer vanillesirup auf dem matcha ganz wichtig und ich habe mir ein atmungsbutter brot gemacht ja schon gesagt dass ich jetzt lernen muss nein nämlich nicht verdrängt ich bin fertig mit bio guck ich habe jetzt hier alles schön aufgeschrieben das sind meine ganzen lehrenzettel und ich gucke mir das abend nur noch mal an und dann kann ich das alles und jetzt nenne ich noch ein bisschen deutsch hier mein esser schreibt nämlich esser beuten wird und dabei erst ich mein avokadobot mit ein ich habe dabei eine echte runger bekommen ok genug gelernt für heute ich war jetzt eigentlich den ganzen tag nur am strand komme ich so wenn ich meine letzte arbeit geschrieben habe leute ihr wisst gar nicht da mache ich party und guckt mal wir waren fast die einzigen im strand auch noch so schönes wetter aber ich glaube es sind einfach keine touris mehr da im wasser war ich aber nicht mehr das wäre jetzt schon zu kalt aber ich hoffe es wieder nicht gefallen leute dann könnt ihr gerne einen dicken daumen nach oben da lassen und wir sehen uns nächste woche wieder bei bei und Untertitelung des ZDF für funk, 2017